Ja, kürzlich hörte ich eine Führungskraft darüber sprechen, dass es wohl keinen Plan gäbe. Also interessanterweise hätten auch ältere Kollegen keinen echten Plan. Die Frage ist, ist das wirklich so oder gibt es vielleicht wirklich so etwas wie einen Lebensplan? Herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer. Dieser Podcast richtet sich in erster Linie an Fach- und Führungskräfte, die mehr wollen, als nur einen Job zum Geld verdienen. Mehr dazu findest du auch unter berufspodcast.com oder auch gerne auf berufungszentrum.com. Ja, das Thema Lebensplan klingt erstmal ein bisschen speziell. Für mich jetzt da nicht so sehr, weil ich führe ja mit meiner Partnerin, der Daniela Maywald, hier in Zürich das sogenannte Berufungszentrum. Und Daniela und der Ronald Sörer, ihr Geschäftspartner, die haben jetzt bereits zwei ihrer drei Bände auf den Markt gebracht und sie sind die Begründer der psychologischen Handanalyse. Das erste Buch heißt, nimm dein Leben in die eigene Hand. Das zweite hat den Titel Folge deiner Bestimmung und das dritte heißt, lebe deine Talente. Wenn man das so hört, könnte man doch auch tatsächlich sagen, dass es wahrscheinlich schon irgendwie so etwas gibt wie einen Plan. Das heißt auch einen Lebensplan. Für mich ist das tatsächlich auch sehr klar, ich habe damit kein Thema und gleichzeitig merke ich aber, wenn man darüber spricht, dass man so ein bisschen in diese Ecke gedrängt wird möglicherweise, des Esoterischen. Dass man irgendwie das Gefühl hat, Mensch, was ist das? Und ich habe damit jetzt gar kein Problem, weil wenn man sich einmal überlegt, was Esoterik eigentlich heisst und woher dieser Begriff kommt, kommt nämlich vom Pythagoras, sechstes Jahrhundert vor Christus, der seine Schüler eingeteilt hat, in diejenigen, die das Wissen nach außen studiert haben und diejenigen, die das Wissen nach innen, Wissen nach außen, vielleicht Astronomie und Mathematik, Physik etc. Und das Wissen nach innen würde man heute vielleicht als Psychologie bezeichnen. Und der Weg nach innen, das Wissen nach innen, der innere Kreis, das hat er als Esoterik. Also es gab dann das nach außen Exoterik, nach innen Esoterik. Das heisst, es geht ja hier darum, auch mal nach innen zu gehen. Und das klingt jetzt alles wirklich ein bisschen speziell, vielleicht in diesem Kontext. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, ist das eben auch sehr wichtig. Und jetzt, wie kommt man dahin? Also wie kommt man auch zu seinem Plan? Und ich sage immer, jeder Mensch hat auch einen Lebensplan. Und ein wichtiger Tipp ist ganz einfach Achtsamkeit. Das sagt sich ganz einfach und ist vielleicht auch gleichzeitig gar nicht so leicht umzusetzen. Ich selbst bin an das Thema der psychologischen Handanalyse gekommen, über mein Thema der Physiognomie. Das heisst, ich habe das ja mal studiert, weil es mich auch interessiert hat. Ich wollte wissen, ob dieses Wissen der Physiognomik, das heisst vom Äußeren des Menschen, sprich jetzt speziell auch vom Gesicht, auf das Innere schließen zu können. Ich habe dann auch gemerkt, dass das tatsächlich funktioniert, eben auch, wenn man das richtig macht. Das hat mir sehr geholfen, auch in meiner Arbeit, auch als Personalleiter, wirklich den Mensch auch besser und schneller zu verstehen. Auch wenn man vielleicht sprachlich ab und zu mal Schwierigkeiten hatte. Auch da gab es solche Situationen. Ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass wirklich der Mensch auch einen Zweck hat. Das heisst, dass er auch einen Grund hat, warum wir hier sind. Also für mich ist immer, wenn ich so die Natur anschaue, dann hat das für mich etwas Natürliches und auch etwas Göttliches und etwas Rundes. Es passt einfach alles auch irgendwie so zusammen. Und von daher habe ich auch den Eindruck, dass der Mensch auch irgendwie da reinpasst und dass auch dieser ganze, den Kreislauf, den wir auch sehen in der Natur, dass das auch bei den Menschen so ist und dass das alles eben auch seinen Sinn und Zweck hat. Aus der Sicht finde ich auch, dass das Leben eben demnach auch nicht zweckslos ist, sondern eben, dass jeder seinen Lebenszweck auch hat. Und das hört sich, wie gesagt, ein bisschen speziell an für den einen oder anderen an der Stelle. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es eben auch wichtig ist, sich darüber klar zu werden, wenn es auch darum geht, auch einen Schritt zu machen, auch in seiner Karriere, vielleicht am Anfang, in der Mitte oder auch sogar später, also wirklich sich klar darüber zu werden, was ist denn eigentlich mein Lebenszweck? Was sind denn wirklich meine Talente? Was sind aber auch meine Herausforderungen? Und eben, man kann das herausfinden, indem man eben in sich geht. Achtsamkeit, da kann man das vielleicht finden. Man findet das auch sicher mit entsprechenden Anleitungen. Es gibt diverse Coaches, wo einem auch sicher auch weiterhelfen können. Und man kann das, ganz einfach gesagt, einfach mal schauen, was ist einem sozusagen in die Hand gelegt worden. Das heißt, man hat das ja sozusagen auch in der eigenen Hand. Deshalb heißt dieses erste Buch auch, nimm dein Leben in die eigene Hand. Und da steht es. Also da steht eigentlich alles da. Das heißt, du weißt es ganz genau, in deinem tiefen Inneren ist alles schon vorhanden. Die Frage ist nur, kannst du das auch so zum Ausdruck bringen? Kannst du das auch so beschreiben? Meistens, erfahrungsgemäß, kann man das eben nicht so gut. Und Fakt ist, man kann das aber dekodieren. Man kann wirklich herausfinden, was in deinen, jetzt im Speziellen, was in deinen Fingerabdrücken steht. Und wenn du das mal machst, wirst du feststellen, dass du im besten Fall nichts Neues hörst. Also da wird im Prinzip nur eine Bestätigung dessen eigentlich da sein. Also man wird dir das bestätigen, was du selber immer schon ganz tief in deinem Inneren gespürt hast. Und wenn du da weitergehst und vielleicht reflektierst, wo du unterwegs bist und merkst, hoppla, ich bin eigentlich ganz gut unterwegs, wunderbar, super. Dann passt doch alles. Dann ist alles sehr, sehr gut. Und wenn du merkst, hoppla, das stimmt, ich habe noch Potenzial. Ich könnte mich nur ein bisschen trauen, mehr so zu mir selber zu stehen. Dann bitte go for it. Mach das einfach. Also lass dir da nicht zu viel Zeit, weil irgendwann mal, ja, irgendwann mal ist es fertig. Und ich glaube fest daran, dass wenn jeder seinen Plan, sprich wirklich sein Leben in die eigene Hand nimmt und seinen Lebensplan auch erfüllt, also wirklich seine eigenen Herausforderungen angeht, diesen Entgegner, also diese ganz konkret auch angeht und da mit seinen Talenten, die jeder auch mitbekommen hat und dann seinen Lebensplan sozusagen erfüllt, dann kann die Gesellschaft auch gut funktionieren. Also dann ist man wirklich auch ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft und bringt sich bestmöglich auch ein, ohne sich zu verbiegen. Und das ist immer sehr wichtig. Das heißt, dass du am Schluss auch wirklich deinen Top-Job auch machen kannst, der für dich stimmig ist, wo du dich voll und ganz mit deiner ganzen Kraft, mit all dem, was du mitgebracht hast, dich voll und ganz einbringst und bist eben happy am Ende des Tages und bringst wirklich einen guten Top-Job, wenn man so will. Und das finde ich wichtig. Deshalb bin ich auch ein Stück weit auch angetreten, weil ich gesagt habe, mir ist es wichtig, diesen Beitrag zu leisten, mir ist es wichtig, Menschen dabei zu unterstützen, jetzt in meinem speziellen Fall wirklich Fach- und Führungskräfte, damit sie wirklich ihrs Umfeld finden, ihren Top-Job finden, wo sie sich bestmöglich einbringen, ihrem Plan entsprechend. Und wenn dich das interessiert und das Gefühl hast, das wäre noch interessant, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, dann, wie gesagt, dann melde dich gerne, schau das im Berufungszentrum mal an, berufungszentrum.com findest du die Informationen. Du kannst auch hier bei berufspodcast.com kannst du selbstverständlich sehr gerne mit mir auch Kontakt aufnehmen. Und ich freue mich wie immer auf deine Rückmeldung, auf deine geschätzte Rückmeldung. Also in diesem Sinne, bis bald. Dein Christoph.